Hallo liebe Leserinnen und Leser von Perspektive Online. Vergangenen Sonntag ist die AfD mit 12,5% in den Deutschen Bundestag eingezogen und hat für viel Aufsehen gesorgt, denn jetzt sitzt eine offen faschistische Partei im Bundestag, die ihre Parolen ganz offen verbreiten kann. Und viele haben sich gefragt, woher kommt dieser Erfolg der AfD? Ein wichtiger Pfeiler ihrer Kampagne war ihre Medienarbeit. Sie haben es geschafft, über die sozialen Netzwerke, über hunderte Kanäle, aber auch über Nachrichtenseiten ihre Botschaften, ihre Ideen unter die Menschen zu bringen. Und wir glauben, dass es eine Gegenöffentlichkeit braucht, und zwar sowohl zu den etablierten Medien als auch zu den rechten Medien der AfD. Wir benötigen alternative Medien von links, die eine fortschrittliche sozialistische Perspektive aufzeigen. Und das wollen wir mit Perspektive Online schaffen. Wenn ihr also unterstützen wollt, unser Medienprojekt in der nächsten Zeit, dann habt ihr verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Und zwar einmal, indem ihr vor allem selber aktiv werdet, das heißt, indem ihr Artikel schreibt, uns kontaktiert und die Artikel verbreitet. Dann, indem ihr unsere Printausgabe in euren Städten verteilt und unter die Menschen bringt, mit den Menschen direkt in Kontakt kommt. Und zuletzt, und dafür möchte ich besonders werben, indem ihr Mitglied werdet im Verein für politische Bildung und unabhängigen Journalismus e.V. Das ist ein Verein, der unter anderem Perspektive Online finanziell unterstützt. Und hier könnt ihr Mitglied werden und wünschen euch weiterhin viel Spaß bei Perspektive Online.